Nicolaus Acranidis, Graniosakraltherapie. Manchmal geht auch nur ein Segment auf und manchmal ist es so fest, dass der Impuls in die Muskulatur geht und gar nichts ist. Also das kann man nicht wissen, manchmal geht es nur ein Segment, manchmal ist es gar nichts und manchmal halten die Leute auch dagegen. Also der Kopf muss wirklich am leichtesten ist, Flexion, Seiteneigung, Rotation, das ist sehr schön aufgetragen. Boah, angenehm. Und jetzt schauen wir uns die zweite Seite an, Flexion, Seiteneigung, Rotation, den Muskel musst du locker lassen. Oh, der ist noch besser aufgehend. Danke.